Musik Hänsel und Gretel, ein Märchenspiel von Engelbert Humperding. Schon seit Generationen zieht diese Oper große und kleine Zuschauer in ihren Bann. Am Staatstheater Nürnberg zeigen wir Hänsel und Gretel in einer Inszenierung von Andreas Bäsler. Der Regisseur lässt Hänsel und Gretel in einem bürgerlichen Wohnzimmer spielen, in dem aus der kindlichen Fantasie das Unheimliche entsteht. In der Familie herrscht Hunger. Hänsel und Gretel werden zum Bärensuchen in den Wald geschickt und begegnen dort der Hexe Rosine Leckermaul, die Kinder in ihrem Ofen zu Lebkuchen verbackt. Ein gefährliches Abenteuer, das die Kinder mit Mut, Fantasie und Witz bestehen. Musik Sehen Sie Silvia de la Muela als Hänsel und Michaela Maria Mayer als Gretel und weitere Mitglieder des Opernensembles. Den spätromantischen Klangrausch und die Poesie von Humperdings Partitur lässt die Staatsphilharmonie Nürnberg unter der Leitung von Guido Johannes Rumstadt erklingen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020